ARD Text im Auftrag von Funk 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 Aber ich hab ihn noch geholt, ich bin krass. Aber schön gecarriert wir Bonds, man. Super gespielt. Ja, oder? That's my lobby, my stream. Aber ey, ohne Scheiß, vielen Dank fürs Mitspielen, Eule. Ich wünsch dir noch einen schönen... So ein richtiger Müllmensch. Komm jetzt seid mal leise, wenn ich hier im Reden bin, dann habt ihr die Schnauze zuhalten. Geht da halt nicht rein, ich bin so ne Feikhose. Geht auch nicht raus, ich krieg will ihn nicht raus, du Arschloch. Komm, komm. Einer lang. Zwei. Du musst die haben, bitte. Du bist krass. Okay, den einen muss ich... Komm, ich komm hinter dir. Drei. Ey, was? Okay, okay, die hacken. Der Kanye ist des Ostens, meine Damen und Herren. Ich nehm' Loch. Ich geh' Loch rein. Ich bin Mitte blind. Vor B down. Komm, Katastroft. Mitte rein. Das ist weird. Ach, das wird Bounce, man. Das ist so schön game. Wirklich, ja, wir wieder. Ist schon drauf, ist schon drauf. Ich bin schon raus. Noch einer, noch einer, B, noch einer, B, noch einer, B. Mitte beklemmt, B down. B down. Ich mach' mich gleich. Sauber. 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 Keine rausgang, ich flash. Auto, blind. Ah! Auto. Ach, das war so gut. Schön. Ey! Alter, die Sirene. Geht aber auch noch mal die Sirene aus, jetzt. Hört sich einer wie Sovali gesang oder so. Ja, er hat einen Mama rufen nach mir, wird bald. Ohohohohohohohohohohoo. Ah boah. Ey, dieser Unscheid 2B drauf. Ey, er kommt einfach rum. Katastrof. Wow, einer am Kau und fook. Ach, schade, man. Ich muss den halt haben, ey. Schön. mm. Guss, guss. Guss, letzter. Schön. 1 Schön gespielt Jungs Ey die Sirene geht wieder los Wie oft denn noch? Wenn wir die Runde gewollt haben Ja Der feiert mein Land direkt mit Der feiert mein Land Ach so Olek, super gespielt Super gespielt Der Bundesrat schaut mein Stream Die lassen direkt die Sirene klingen Weil wir das Comeback des Jahres machen ey Wuhuu Gut, nationaler Matchmaking Tag Nationaler Matchmaking Tag, ja Ach nicht mit mehr Hunden Moog Flesch B Flesch von der Kissen Mach Mitte Door 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 noch Close Jetzt haben wir da oben Oh, homerun Easy This is pretty weird I can't imagine that it will get much weirder than this right? 3 2 1 2 2 1 3 4 und jetzt kommt so ein Moment wo ich mich sehr gut ist die Strecke das ist genommen das war schlecht das war der Haus oben kommt angeblich nicht mehr rum aber der unten halt ich hab die Bombe nicht so gut Frau Hörner aber wer wollte sein die Erpressen 4 aber guck, hab mal Balls, ich flasch dir, geh weg, ich flasch dir Fenster, da musst du noch mal rum immer noch bei oben ach, Bierbons hör doch einmal nicht auf mich bitte, man. Ja, er hat noch 40 AP nein, ey 50, wir hätten es aber selbst spielen sollen, nein komm mal, ey, Flascher geht noch rum und sterbt ich hab zu Bierbons was gesagt ja, du hast Bierbons gesagt, ich hab auch nen Bad er möchte ne deutschen Community oh mein Gott, oh, oh, da war keine Entle, ich muss ihm halt 8 Hits geben, weil es leckt wak 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 ach man, der hackt halt, man, 5 AP warum sterbe ich immer, 5 AP hat er, leg am Rand Bierbons der ist recht schon, ne oh mein Gott, das war okay wie kannst du das, der Kack das geht er lacht halt selber ich gewinne ja nicht prinzipiell alle, wenn ich mir ging es ja, natürlich also vor allem, wenn ich mir Bierbons so dann ist das nicht vorprogrammiert ich bin jetzt einfach nur nur YOLO, die können nicht mal am Arsch okay, ich hab kein Bock mehr ja, ich bin okay, ich bin, ich bin, ich bin, ey komm, also, wir machen jetzt A-Frei, ne leck mich am Arsch, carry on ein auf Spot ich hab da zwei gekriegt morgen krieg ich immer Instant ins Gesicht und der Mintaka hat Zeit, um Mandana, um den Gegner zu zeichnen, ja ach Mann, äh, ne AP, immer noch der zu 70 AP noch das gibt's nicht der, Bierbons schub, ja, halt die Klappe mit Bierbons, wir schon wieder ins Gesicht bekommen der mit einem hässlichen Scout kann er 10.000 Sekunden wegnehmen Gott, gib mir das Spiel auf den Sack nein, Bierbons, da muss einfach cool bleiben ey, der macht halb drei Bierbons ja, Bierbons, ja ich glaub, als drittes durch, ja, ich krieg so Pop-Cater Hallo Hallo Benny ey, man hört die Musik, es freut mich macht die Musik aus Benny, ich bin aggressiv ey, Bierbons Anna Döner, ich bin scheiße Ende der Durchsage okay, der kann Bock mehr komm nochmal ach guck mal, jetzt hier was probiert bei uns ja, mach'n, du brauchst weißt du, was er will ach, mongol ey, guck mal, wir machen's direkt zwei Fracks mit dem Song, alter und der dritte, weggetabt, ey, das ist Screamyums das ist 100% Scream, guckt euch das Movement an das, 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 das das Pre-Aim wenn du jetzt ein Ace macht, Bierbons ich schwör's dir, Hacker macht ein Highlight Ruhe man sieht einfach, wie kontrolliert du deinen Crosshair-Beherrscher das ist 100% Scream, 100% der war L, Bierbons, aber egal das war wirklich mal gar nicht so ne, das war echt nicht so schnell, vor allem, dass du ruhig geblieben bist da, schön weggetabt ich mein, die haben auch acht, neun Schuße verballert mit der Deagle ich mein, die haben noch eingereloaded zwischendurch Hammer ja, ja, natürlich die konnten auch nochmal, äh, nochmal neu kaufen das war echt, das war echt mal eindrücklich so, das war die erste Runde, wo ich sagen muss, wir bei uns hat mal was gefrackt das ist schade, wir bei uns guck mal, wie du da liegst T-Bag schade hab ich mir nicht so nachgelegt, man, wie so ein Opfer